Das ist ein sehr virtuoses Stück. Und hier im Gasthaus darf man halt nahe sein. Das ist eben ein ganz besonderer Reiz und man darf auch noch, Prost, dazu was trinken und in dem Stück geht es eben um Abschied. Was immer dabei sein muss, ist die Gitarre. Das ist eine Utopie der offenen Grenzen. Judith wurde eigentlich seit jeher überall, wo es weite Distanzen zu überbrücken galt. Es gibt ja auch diese Alpjodler, die dann wirklich so weit, quasi segnen, wie der Klang klingelt. Es ist nicht leicht, einen Namen in einen Baum zu ritzen. Besonders, oh weh, besonders, wenn die Buchstaben rund sind. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es ist das? Alles, was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020